Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chroma Squad mit mir, der Wegmann. Beim letzten Mal haben wir die Staffel sozusagen beendet. Es fehlt nur noch eins. Das Staffelfinale. Also, legen wir einfach mal los. Das Staffelfinale. Lord Gaga bringt Tammy zum Studio und will von Angesicht zu Angesicht mit Cerebro reden. Können die Radical Rangers einem so hinterhältigen Schurken trauen? Maximal Zuschauer. 15.000 Trio Cerebros gemacht. Die erste Regieanweisung. Führer in Teamangriff und vier Teammitglieder aus. Gewinne in fünf Runden. Besiege zwölf Feinde. Lass keinen der Helden K.O. gehen. Und zerstöre sechs Portale. Lass Beefs nicht K.O. gehen. Okay Cerebro. Bist du einverstanden? Lord Gaga sollte jeden Moment hier sein. Ich habe schon oft ins Auge der Finsternis geblickt. Ich fürchte Lord Gaga nicht. Kurz darauf. Hallo, Mannerschön. Wo ist Tammy, Lord Gaga? Wer ist Tammy? Oh. Meinst du dieses Mädchen hier? Wer ist das? Ist das die, die wir aus dem Abfluss geholt haben? Sie war mir sehr witzig. Was hast du mit ihr gemacht? Oh ja, stimmt, dass es doch die auf die Beefs steht. Eins meiner Experimente durchgeführt. Unsere Herzen sind für immer verbunden. Ihr könnt mich schon besiegen. Wenn ihr auch sie besiegt. Stimmt's? Mein Liebling? Äh. Ja. Hm. Nicht ergesprächig. Vielleicht ist das schiefgegangen. Aber was soll's. Du bist ein Monster, Lord Gaga. Entschuldigung. Ich muss mit der Rebo reden. Oder gehen die aus dem Weg? Lang nicht gesehen, alter Freund. Wir sind keine Freunde, Gaga. Wie bist du aus dem Bannkäfig entkommen, den ich entworfen hatte? Tja. Ich hab Freunde. Die mich wieder ihre Drecksumel machen lassen wollten. Lord Gaga, du wirst für deine Versprechen, Versprechen, Verbrechen zu rächen. Ähm. Sehr schnell. Hörny. Ich wollte nur wissen, ob du das in dem Glas wirklich bist. Brain. Was ich denn getan hab, hat sich in dieses Glas gebracht. Mh 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 mh. Du bist verrückt. Du wirst der Gerechtigkeit nicht entkommen, Lord Gaga. Es ist... Wie befürchtet. Das hier... Ist kein gesämtliche Fernsteher hier. Dieses Rebo ist ekelhaft. 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 Schergel, mach alles kaputt. Lass nichts sein. Oh. Booyah. Booyah. Was... Was tust du? Booyah. Ich selbst sein. Blöding. Booyah. Ribbit. Miau. Das ist ne Maus, aber egal. Dies muss schlecht sein ist nicht, Lord Gaga. Ich bleib hier. Und seh zu, wie das gemacht brennt. Du auch, Liebling. Lass uns das Feuerwerk ansehen. Denkt daran, Radical Rangers. Die Macht schlummert in euch allen. Führer, ein Teamangriff von vier Teammitgliedern aus. Gewinne in fünf Runden. Die zwei sind nicht anzugreifen. Zombie-Tammy. Alter. Stattdessen, diese netten Gerl. Alien-Schild-Panzer. Das Problem ist, weil die zwei da stehen, kommen wir da nicht mit vier dran. So, erstmal zu Michaela. Die kann nämlich die Heiler-Scherge angreifen. Pap, 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 pap. Und Beefs. Jetzt machen wir den vierer hier. Und wer? So. Autsch. M-m-m. Ich muss sagen... Das ist sau unfair gewesen gerade. Die sind ja alle nur auf Eddie gegangen. Was soll ich denn da machen? Da muss ich mal gucken. Das Problem ist halt, ich will keine Fans verlieren, nur weil einer von uns in der ersten Runde schon stirbt. Ah, je. Okay. Also noch ein Versuch. Ähm. Diesmal mache ich das Ganze ein wenig anders. Und zwar... Und zwar... So. Ja, dann ist es halt so. Dodge. Das ist sehr gut. Ja, da kommt schon wieder diese blöde Bombe. Eins. Zwei. So. Aber es wurden immer andere angegriffen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm. Nein. Den. Den mörderischen Naga. Gebt mir jetzt den mörderischen Naga hier hin. Äh. Plus 60% auf Ausweichen ist scheiße. Für zwei Runden. Ähm. Deswegen. Ja. Nein. Ah. Scheiße. Scheiße. natürlich sollte das nicht passieren aber da kommen wir wohl nicht drüber hinweg das war es in 5 Runden gewinnen 3 haben wir noch ok ich mache hier Teamwork ich mache hier Teamwork ich mache hier Teamwork Asimolov greift an fantastische 4 BABOOM Alienbrot Krümel gegen Eddie BAM so dann bleibt nur noch einer und den kriegen wir so ähm Beef springt hol mal Elb Elb kommt nicht weit genug dann macht Michaelas eben Drei einfach Angriff BAB Perfekt das war gut so jetzt darf ich mir aber keine Fehler mehr leisten schon wieder selber weggedrückt das passiert so oft wir deaktivieren sie Rebo wenn diese Helden erledigt sind A RABBIT A RABBIT A RABBIT besiege 12 Feinde lass keinen der Helden K.O. gehen so wenn der kaputt ist kann einer ihn angreifen das heißt ich hole Elb und mache den in der Mitte kaputt ungefähr so so dann hole ich Eddie und mache den kaputt genau so und die mache ich so kaputt Booyah ja die Ribbits können mir ja eh nichts nicht wirklich oh die bewegen sich da alle ins letzte Loch BAB 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 oh oh shit son oh überlebe sieben Runden das ist also die Aufgabe ähm wir machen zuerst die Heiler Scherge kaputt dann können wir noch mit ähm ne ich mache jetzt Radicalize time to get Radical Kids genau ähm Asimolov kann den Blitzdeutsch hier einsetzen oder könnte zumindest ähm hol mal Elb raus so wenn ich das mache überlebt er der aber nicht der auch nicht BAB so mhm mhm dann macht Asimolov erst das ok ok perfekt und ähm wieso nicht der ist so weit weg ZAP au aber kaputt au aua so da kommen noch mehr yippie oh Gott übertreib übertreib so Michaela stellt sich hier hin Asimolov stellt sich hier hin ähm Addy stellt sich hier hin Michaela macht Teamwork so das heißt alle werden geheilt bis auf Michaela mit dem Rundumtritt werden dann erstmal ein paar Schäden zugefügt dann kommt der Multischuss wunderbar ähm 27 27 das ist doch nicht zu fassen Blitzdeutsch und dann einfach mal noch so booyah bap ok das schmerzt ein wenig ok ähm au und es kommen noch mehr oh Gott du machst du machst jetzt erst mal den Freundschafts Zirkel blam dann geht Asimolov hier hin macht die betäubende Pose so und schlägt dann seinem Schwert ähm du hast noch deine unglaublich schöne Axt nochmal Teamwork und dann gehe ich mit Ellie hier hin und schwing die Axt oh yeah so mag ich das ähm ok machen wir so au das könnte jetzt wehtun äh oh fuck this aah ach nö man das sind viel zu viele alter viel zu viele ohne scheiß da kommen alle zwei drei runden kommen da zehn neue aah das darf echt nicht sein ey das darf echt nicht sein so Nummer eins und Nummer zwei get dodged motherfucker so weiter geht's im Spaß Rutorium einfach mal hierhin blab du kriegst ihn allein hin wunderbar und wir entscheiden jetzt dass wir den holen blab sein schief passiert hat er überlebt quatsch hat er ist ja schwul ähm kommst du weit genug ja easy easy yes boy ähm du machst ihn dann kaputt blab teamwork und teamwork und da ist der vierfach angriff fantastischer vier blab basam und jetzt wird's crazy immer noch der meinung dass allein das hier ne eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn am anfang und es kommen sofort neue wenn man einfach mal ein paar tötet ich ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht mehr ähm aber okay wir fangen an wie gerade eben das lief eigentlich ganz gut ne so und oh ja mit einem kleinen sprung ich weiß das könnte eventuell blöd werden weil er dann den noch als Angriffsziel sehen könnte tut er auch war sein Arsch jetzt sieht er den auch als aber okay wenn ihr das unbedingt tun wollt ja es ist eigentlich perfekt wie die hier aufgereiht sind ähm und zwar wird beefs jetzt erst mal nein scheiß dreck äh ready ich hab teamwork gedrückt ich wollte ready aber okay das ist noch alles kein problem beefs hat momentan alle Ende voll zu tun das war das war nix das war nix das war gar nix das ist nicht gut dass das nichts war na es ist nicht so schlimm es ist nicht ganz so schlimm wie ich jetzt ausgemalt hab sondern macht mal so ähm ähm geht hier hin und macht mal teamwork ja perfekt jetzt können wir mal die betreibende pose machen schweb und das ganze machen wir so das ganze machen wir so oh äh das ist kein schöner kampf ohne spaß das ist kein schöner kampf okay ready 1 2 3 wie viel würde er hier 1 2 3 4 wie viel würde er hier treffe 1 2 3 4 sprich azimolav geht hier hin und macht teamwork eddie kommt hier rein und macht den rundumtritt bab so michaela schlägt mit hier drauf ähm die ratte wird's na toll ach man dann machen wir es halt so jetzt geht der oh halleluja ey ich dachte der geht jetzt auch noch auf die okay ähm beefs geht hier hin und macht den multischuss ungefähr so michaela kommt hierher und macht den freundschaftszirkel hopp wie macht man das so und ähm okay super dodge au ja das war ein crit au oh wenn der rundumtritt doch nur ready wär alter oh das wär zucker das wär so zucker ah das hieß auch schon mal nicht schlecht so die betäubende pose ppp pose und dann ganz klar die muss sich selbst heilen das ist wichtig beefs kann schießen bab azimolav ok elb so mit azimolav zusammen der hat nicht wirklich überlebt du willst mich doch flachsen ein doppelangriff ok ok es könnte schlimmer sein es war sogar ein dodge so eddie du darfst du darfst oh zucker einfach nur zucker so azimolav geht hier hin ähm so und dann balsam balsam ähm beefs stellt sich jetzt einfach mal hier hin macht teamwork und dann hauen die so drauf schön ok komm ich mit klar komm ich super mit klar komm ich auch mit klar uff ja uff wenn ich das hier schon wieder sehe 1 2 3 4 5 6 7 8 neue ne wieso weil sie gedacht haben das wäre witzig so gibt ein bis zu 4 felder dann heilt 5 prozent es muss ein verbündeter sein abkriegzeit zu beginn dann machen wir dann stört es mir Eddy auch voll ins Geschehen, ne? So, was kann Ape nochmal? Okay, das heißt, wir rennen mit Asimolav. Stop, kann Beefs. Beefs? Beefs. Ah, nein, der hat schon was gemacht. Es gibt gar nichts mehr. Okay, dann kommt Asimolav ein bisschen näher. Michaela macht noch den Freundschafts-Zirkel. Ungefähr so. Ähm, Elb macht den Ausruf des Mutes. Swing! Wunderbar. Und Asimolav macht Teamwork und Okay. Oh Gott. Ja, Autsch, kannst du laut sagen, Alter. Na, noch einer? Alter, das ist doch crazy, das hier. Das ist doch crazy. Noch eine Runde überleben. Sollen wir einfach weglaufen? Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. So, kommen alle dahin. Alter So crazy Wie weit kommt das? Ach, ich mach einfach hier hin Und Hilduken Damit Eddie das jetzt übersteht Oh, es kommt keiner so weit Es kommt keiner so weit Doch, einer Aber es ist nicht schlimm Oh Mann Oh Mann Okay Nächste Das reicht Ist eine tolle Schöne Lektion Komm, Tammy Oh, okay Wir müssen Tammy irgendwie retten Ist das denn möglich, Beefs? Sie sieht nicht sehr freundlich aus Können wir Lord Gaga besiegen, ohne ihr weh zu tun? Wenn wir Lord Gaga besiegen, bricht der Zauber vielleicht Aber ich bin nicht sicher Zerstöre sechs Portale und lass Beefs nicht K.O. gehen Wo sind denn die Portale, wenn ich das mal fragen darf Ähm, ich hab keine Ahnung Okay Die sind nicht alle immun Ich kann die betäubende Pose also mal machen Dann ist sie nämlich zumindest mal betäubt Dann können wir den Blitzdeutsch machen Und Teamworken Teamworken Bersayam So, dann machen wir hier noch ein Teamwork Teamwork Bersayam Das rein So, da ist ein Portal Und da ist ein Portal Perfekt eigentlich Wie wir das bis jetzt gemacht haben Ähm Blab Einfach mal ein bisschen von Gaga Wegbleiben Ach, es reicht nicht Wo kommt der denn her? Achso, weil es ein Portal ist Das macht Sinn Das macht Sinn Wudeln fesseln Oh Yeses Ähm Geh du mal Ein bisschen weiter hier rüber Und schießt Und schießt Und du stellst dich jetzt Genau hier hin Ähm Das dürften Elb und Beefs eigentlich hinbekommen Das Portal Das Portal hat ups gesagt Sehr schön Das nenne ich Fernsehen Alienpappe Oh Baby Portal Bitte Oh Oh Das erste Portal ist gut gesetzt Das zweite eher Nicht so Ähm Der Asimola Das gerade eben so Geil gedodged hat Es reicht nicht Dann machen wir hier Teamwork Elb kommt Macht Teamwork Beefs Kommt Und schlägt mit Drauf Und Michaela Macht den Freundschaftszirkel Genau So Das andere Portal Kriegen wir nicht kaputt Zur Zeit Da muss einer rauskommen Wir werden es überleben War es ein Dodge Oder habe ich gerade Einfach nicht aufgepasst Ich habe nicht aufgepasst Nein Ähm Aber okay Es war ein Dodge Stark Asimola Wenn ich bitten dürfte Ähm Eddie kriegt auch eins alleine hin Beefs Kommt zu weit Elb Kommt zu weit Kommt Michaela So weit Tatsächlich Und Beefs Ich bring sogar noch Eine Runde Dreifach Angriff Bam Und wir haben alle 15.000 Ja dann Schlag halt noch Eine Runde zu Und du auch noch Doppelt Und jetzt müssen wir die noch Kaputt machen Alles klar Ähm Ich würde sagen Ich würde sagen Machen wir hier Teamwork Ich gucke erst mal Ich gucke erst mal Du kommst So weit Ne Teamwork 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 Und dann machen wir es einfach so Oder Das reicht Au Drei Portale Tammy heilt Ich kann keinen Finisher An ihm machen Ähm Das überlebt das Portal Das ist blöd Wenn das Portal überlebt Hinzu kommt Dass Asimolaf Eigentlich weg müsste Mal eine kleine Pause einlegen Und so Komm mal hier hin Nach Teamwork Ähm Dann kommt Michaela Einfach mal Hier hin Und Heilt Asimolaf Mit dem Heilduken Elb Macht das Portal kaputt Wunderbar Und Beefs Geht hier hin Macht den Multischuss So Wir können ihn finishen Dann gehen wir auch mal Hier hin Das ist okay Weil wenn wir ihn finishen können Das wäre das Sau Gut Wut entfesseln Ähm Lass mich raten Jetzt geht es mit dem finishen Nicht mehr Beefs Wärst du so nett Und Gehst Hier hin Mach Ruhig mal Die coole Erfindung Auf Dich selbst So Eddy macht den Rundumtritt Ähm So Was macht denn der Freundschaftszirkel Der kommt so weit Jetzt machen wir den Freundschaftszirkel Bersaion Und Hinzu kommt Ein Angriff Portal bitte Okay Das ist okay Ähm So Da Eddy die Portale Mit einem Schlag Hinbekommt Ähm Die Restlichen Vier Wie wär's denn Einfach mal hiermit Bam Oh Scheiße Die Frage ist Ob Tammy Heilt oder Schlägt Fuck Das war blöd Ne Doch nicht so schlimm Oh Das war blöd Hm Ja 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 Wo ist Beefs Und es geht los Oh mein Gott Super mega hyper move Oh mein Gott Ist es so nicht vorbei Relic Rangers Was ist passiert Hilf mir Mit diesen nervigen Möschigen Helden Huengel Sie haben mir weh getan Lass sie leiden Oh Mit Verkügel Lord Gaga Ja Was haben wir hier Es ist ein Gescheitertes Experiment Auf nach Hause Wir haben viel zu tun Äh Nein Heroes to save the earth Puh Das war dramatisch Oder Was ist mit unseren Helden passiert Dieser Huengel War ziemlich OP Aber was weiß Ich schon Ich bin nur Der Erzähler Du bestimmst Was hier passiert Nicht ich Also Weiter Radical Rangers Gebt nicht auf Steht auf Wir sind okay Danke Terebro Bah Ich könnte noch kämpfen Wenn ich wollte Hey Beefs Tammy lebt Kümmer dich um sie Wink Wie fühlst du dich Bist du okay Ich bin okay Danke Beefs Aber es gibt etwas Das ich Das Das ihr Wissen müsst Lord Gaga Ist ein alter Feind der Erde Ich wurde nicht Zufällig entführt Ein alter Feind der Erde Meine Schwester Und ich Waren Teil Eines Spezialteams Wie eurem Wir haben Die Erde Verteidigt Wir dachten Wir hätten Gesiegt Dann kam Lord Gaga Zurück Und besiegte Nach und nach Alle Helden Der Erde Puh Wer nutzte Die Macht Der Popkultur Und schien Unschlagbar Die Welt Vergaß Ihre Helden Wir waren Geschwächt Pfff Wehrlos Puh Es ist etwas Passiert Während ich Geschlafen Habe Tammy Lord Gaga Ist aus seinem Gefängnis Entkommen Erinnerst du Dich an mich Ah Warte Bist du Brain 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 von den Zioamerika Clone Rangers The fuck Die Zioamerika Clone Rangers Mein Vater Hat mir so Viel Von dir Erzählt Und ich Weiß Alles Über Dich Und Deine Schwester Tammy Ihr Seid Tapfere Kriegerin Mein Beileid Für Ihren Jetzigen Zustand Puh So Viele Hintergrund Infos Jetzt Ergibt Alles Einen Sinn Was Ergibt Sinn Die Erde Hat Ihre Helden Vermisst Freunde Um Das Gleichgewicht Zu Bewahren Werden In Jeder Generation Neue Helden Erwählt Tammy Du Stehst Vor Den Neuen Helden Der Erde Die Radical Rangers Ich Will Mit Euch Kämpfen Aber Deine Schwester Ist Sehr Krank Und Braucht Dich Lord Gaga Weiß Wo Deine Familie Lebt Vielleicht Braucht Auch Ihr Meine Hilfe Cerebro Falls Ihr Scheitert Wird Nicht Nur Meine Familie Leiden Ich Will Es Riskieren Oh Zu Kämpfen Okay Auch Ich Habe Einen Plan Entscheidet Ihr Radical Rangers Sollen Entscheiden Was Nun Zu Tun Ist Was Was Sollen Wir Tun Elb Tammy Will Mit Uns Kämpfen Aber Ihre Familie Braucht Sie Auch Liebe Güte Liebe Güte Ernsthaft Mehr Ist Dir Nicht Eingefallen Zeit Für Eine Entscheidung Welchen Fahrt Du Auch Wählst Es Gibt Keins Zurück Wähle Klug Okay Entweder Wir gehen mit Cerebro Der Denker Und Lenker Tammy Kentin Also Gehe ich davon aus Dass Er Jetzt Keiner Ist Der Irgendwie Verrät Oder Was Weiß Ich Aber Wenn Wir Mit Tammy Tammy Zur Entscheidung Hinzu Ziehen Also Tammy Wählen Hätten Wir Eine Neue Kämpferin Mit Dabei Wir Wären Also Zu Sechst Also So Scheint Es Mir Zumindest Was Auch Ganz Schön Geil Wäre Gleichzeitig Weiß Ich Aber Nicht Was Passiert Wenn Wir Tammy Weg Nehmen Und Ihre Familie Was Weiß Ich Verletzt Getötet Ne Und Cerebro Hat Ja Einen Plan Also Entweder Gehen Wir Mit Tammy Und Etwas Ungewisses Es Könnte Was Schlechtes Passieren Oder Wir Gehen Mit Cerebro Und Ich Denke Das Ganz Wird Was Schwieriger Weil Wir Einen Kämpfer Weniger Haben Nämlich Tammy Einen Potenziellen Kämpfer Wobei Das Mit Fünf Kämpfern Ja Bisher Auch Gut Geklappt Hat Ah Mann Ich würde Am Liebsten Mal Beides Machen Aber Das Bis dahin So Durchzuspielen Dauert Ja Ganz Schön Lang Ich Schuze Cerebro Nachdem Sich Für Cerebro Was Nachdem Sie Sich Für Cerebros Plan Entschieden Hatten Brachten Die Relical Rangers Tammy Nach Hause Und Kehrten Dann Zu Cerebro Zurück Können Tammy Sich Mit Unser Entscheidungen Abfinden Bees Sie Muss Sich Um Ihre Schwester Kümmern Blei Bleibe Sie Bei Uns Wäre Ihre Familie Gefahr Stimmt Das Ist Besser So Und Was Ist Dein Plan Cerebro Ich Kontaktiere Die Sheriff Des Universums Wir Müssen Angreifen Statt Auf Lord Gagas Nächsten Zug Zu Warten Ich Glaube Die Sheriffs Sind In Der Nähe Der Erde Und Werden Meinen Hilferuf Rechtzeitig Empfangen Gaga Ist Ein Im Ganzen Universum Gesuchtes Monster Sie Haben Die Erde Schon Früher Verteidigt Sicher Helfen Sie Uns Sind Die Sheriffs Nicht Als Mithril Helden Bekannt Halb Mensch Halb Android Kämpfen Diese Helden Mit Technologie Für Gerechtigkeit Ich Wittere Coole Weltraum Technologie Wie Aufregend Ein Guter Plan Cerebro Mit Hilfe Des Sheriffs Des Universums Bringen Wir Den Kampf zu Lord Gaga Ich Werde Sie So Gleich Kontakt Hier Hoffentlich Kommen Sie Recht Zeit Terebro Schickt Ein SOS Ins Weltall Werden Die Sheriffs Des Universums Recht Zeit Antworten Also Statt Eines Neuen Kämpfers Bekommen Wir Jetzt Eventuell Coole Alien Technologie Wenn Ich Das Richtig Mitbekommen Hab Das Auch Ganz Interessant Ja Wir Haben Ein Bisschen Geld Gemacht Ne Ein Bisschen Ich Glaube Jetzt Können Wir Uns Zumindest Mal Die Ganzen Studio Sachen Sachen Leisten At Cody Black Time To Get Radical Kids Mega Cooler Schluss Move Hashtag Whitelight Incorporated At Cock X Los Vorwärts Whitelight Leigh Incorporated At Dennis Luke Ich Wünschte Whitelight Incorporated Würde Neue Ausrüstung Für Die Serie Ja Ist in der Mache Boah At Heiken Edge Wow Den Schluss Move Hab ich Zum Ersten Mal Gesehen So Cool Dann Hast du Glaube Ich Auch Zum Erstmal Eingeschaltet Du Arsch So Wir Haben Ganz Schon Viel Cash Money Gemacht Die Beste Serie Aller Zeiten Die Wartung An Die Nächste Staffel Sind Hoch Wow Neuer Vertrag Drehen Nach 6 Anderen Folgendes Staffelfinale Vertrag Wird Gekündigt Falls Anteil Der Fans Niedriger Als 15 Gehalte Staffel In Nächste Staffel Verlierst Du Doppelt So Viele Fans Wenn Das Erstmal Eine Folge Scheitert Das Wurde Irgendwie Noch Nicht Ganz Gemacht Aber Okay Wir Haben 23.560 Dollar Wir Vicky Rangers Staffel 5 Bis dahin Ciao Tau Tau Untertitelung des ZDF, 2020